umgesetzt sind und welche Empfehlungen nicht umgesetzt wurden. Insgesamt sehen wir, dass die Quote unterm Strich durchaus anständig ist. Es sind lediglich 6 bzw. 11 Prozent im Berichtszeitraum, 6 bzw. 11 Prozent der Empfehlungen, die nicht umgesetzt wurden oder noch nicht angegangen worden sind. Das spricht sowohl für die Qualität